Ich bin Achim Menges, Hypnotiseur und Mentaltrainer. Ich helfe Menschen, ihre Ängste zu überwinden, damit sie die Erfolge feiern können, die sie möchten. Ich lade dich herzlich zu einer Hypnose ein. Zu einer Hypnose, die dich zu deinem Innersten führt und unbewusste Blockaden und Ängste auflösen wird. Höre diese Hypnose nicht an, während du etwas Wichtigstes tust oder Auto fährst. Bitte höre dir diese Hypnose vor dem Einschlafen an. Zum Abschluss werden Suggestionen für einen angenehmen Schlaf gegeben. Mache es dir jetzt bequem. Leg dich hin und genieße die Hypnose. Es sollte sich für dich einfach gut anfühlen. Du solltest dich gut fühlen. Damit du gleich ganz entspannt in eine tiefe Hypnose, in eine tiefe Trance gleiten kannst. Den angenehmen, lieblichen und tiefen Schlaf, der auch heilsam sei, so wurde die Hypnose im alten Griechenland benannt. Es ist völlig gleichgültig, ob ich schweige oder spreche. Dein Inneres wird automatisch alles aufnehmen und das Richtige für dich tun. Das Schöne an einer Hypnose ist, dass man fürs Nichtstun belohnt wird. Hier darfst du einfach sein und nichts tun. Du darfst dich ganz treiben lassen. Denn dein Inneres wird jeden Satz, jede Silbe und jedes Wort von mir ganz von selbst aufnehmen und verstehen. Du brauchst noch nicht einmal meiner Stimme zuzuhören, weil dein Inneres sie hören will. Jetzt schon spürst du, wie du dich entspannst. Und so wie dein Körper sich gleich völlig entspannt und alle Anspannung aus deinem Körper herausfließen wird, so wird dein Wurstsein auch ins Fließen kommen, so dass du in einen tiefen, angenehmen, Trance-ähnlichen Zustand gleiten wirst. Immer entspannter, immer losgelöster, vom Hier und Jetzt. Einige Menschen beschreiben das Gefühl der Hypnose als den Zustand zwischen Wachsein und einem Traum. Wenn du möchtest, kannst du jetzt deine Augen schließen. Ganz wie du möchtest. Mach es dir jetzt ganz bequem. Jetzt möchte ich, dass du gleich einen tiefen Atemzug nimmst. Richtig tief die Luft kurz anhältst und langsam wieder ausatmest. Nimm jetzt einen tiefen Atemzug. Halte kurz die Luft an und nun atme langsam wieder durch den Mund aus. Du machst das sehr gut. Atme wieder ganz tief ein. Halte kurz die Luft an und atme langsam wieder aus. Atme wieder ganz tief ein. Halte kurz die Luft an und atme wieder aus. Sehr gut machst du das. Nun atme in deinem eigenen Rhythmus weiter. Ganz entspannt, relaxed und soft. Du wirst jetzt schon feststellen, dass sich dein Körper schon entspannt hat. Du nimmst deine Atmung anders wahr, viel tiefer und viel bewusster. Dein Brustkorb hebt und senkt sich angenehm. Mit jedem Atemzug entspannt sich dein Körper nun immer weiter und immer mehr. Und es fühlt sich richtig gut an. Fühle jetzt einmal, wie entspannt sich dein Körper schon anfühlt. Deine Füße entspannen sich völlig. Alles wird ganz weich. Deine Füße werden immer entspannter und relaxter. Jeder Zeh ist völlig entspannt. Spürst du, wie die Entspannung langsam nach oben wandert? In deine Beine? Deine Beine entspannen sich jetzt völlig. Alles wird ganz weich und entspannt. Deine Beine sind jetzt völlig entspannt. Dein Gesäß und deine Hüfte entspannen sich völlig. Alles wird ganz weich und entspannt sich völlig. Dein Gesäß und deine Hüfte ist jetzt völlig entspannt. Dein Bauch entspannt sich völlig. Alles wird ganz weich. Jeder Muskel entspannt sich immer mehr. Dein Bauch ist jetzt völlig entspannt. Dein Oberkörper entspannt sich immer mehr und mehr. Das Atmen fällt dir angenehm leicht. Und du spürst, wie sich jeder Muskel deines Körpers immer mehr und mehr entspannt. Alles wird weich und relaxed. Immer weicher und relaxter. Und es fühlt sich gut an. Dein Rücken entspannt sich völlig. Dein Rücken ist jetzt völlig entspannt. Dein Nacken und dein Hals entspannt sich. Immer weiter, immer entspannter fühlst du dich. Jeder Muskel in deinem Körper entspannt sich. Immer mehr und mehr. Du fühlst dich richtig wohl. Es ist angenehm warm. Und du spürst, wie du dich immer mehr und mehr und mehr entspannst. Immer tiefer und tiefer gehst du in dieses angenehme, entspannte Gefühl hinein. Du gleitest immer weiter in diese angenehme körperliche Entspannung. Die angenehmste Entspannung, die du je gefühlt hast. Deine Arme werden immer schwerer und schwerer. Bleischwer. Immer schwerer und schwerer. Deine Beine werden immer schwerer und schwerer. Bleischwer. Immer schwerer und schwerer. Immer schwerer und schwerer. Dein Körper wird immer schwerer und schwerer. Bleischwer. Und je schwerer du wirst, desto entspannter und wohler fühlst du dich. Ganz sanft spürst du deinen Atem. Mit jedem Atemzug sinkst du weiter in diese angenehme Schwere. Du spürst die Unterlage, auf der du liegst, immer mehr und mehr. Du sinkst jetzt förmlich hinein. Du fühlst dich wohl, gelöst und angenehm schwer. Und dein Körper entspannt sich immer weiter und weiter und weiter. Jeder Muskel, jede Faser in deinem Körper ist jetzt total entspannt. Ich zähle jetzt von 5 bis 1. Und bei jeder Zahl, die ich nenne, entspannt sich dein Körper noch mehr. 10 Mal tiefer gehst du bei jeder Zahl in diese tiefe Entspannung, in diese angenehme Schwere. Immer 10 Mal mehr entspannt sich jeder Muskel in deinem Körper. 10 Mal mehr. 5. Dein Körper entspannt sich immer mehr und mehr. Alles ist bleich schwer, aber es fühlt sich gut an. 4. Alles wird jetzt ganz weich. Jeder deiner Muskeln entspannt sich. Jetzt völlig. Deine Muskeln werden immer schlaffer und schlaffer. Du entspannst dich immer mehr und mehr. Dein Körper, deine Muskeln sind jetzt komplett entspannt. Du sinkst immer tiefer und tiefer in dieses angenehme Gefühl der Schwere. 3. Vom Zeh bis zum Kopf. Alles ist entspannt. Jeder Muskel, jeder Faser deines Körpers. Und du beginnst alles loszulassen. 2. Nochmal 10 Mal mehr gleitet dein Körper und dein Bewusstsein in eine angenehme tiefe Entspannung. Immer tiefer und tiefer gehst du in dieses angenehme Gefühl hinein. Du bist jetzt schon richtig tiefenentspannt. Alle Muskeln, alle Fasern deines Körpers sind tiefenentspannt. Alles losgelassen. Und noch 10 Mal mehr gleitest du in dieses angenehme Gefühl. 1. Du bist jetzt richtig tiefenentspannt. 2. Dein Körper fühlt sich angenehm schwer an. Du fühlst dich richtig wohl. Alles ist entspannt. Richtig entspannt. Und je mehr sich dein Körper entspannt, desto entspannter werden jetzt auch deine Gedanken. Du folgst jetzt meiner Stimme. Alles andere verliert jetzt völlig an Bedeutung. Alles fühlt sich gut an. Weich, soft, entspannt. Du fühlst dich gut an. Dein Körper fühlt sich gut an. Vielleicht spürst du auch, wie jetzt eine schwere Last von dir abfällt. Und es fühlt sich richtig gut an. Dein ganzer Organismus ist jetzt entspannt. Du bist ruhig und entspannt. Und angenehm schwer. Richtig angenehm schwer. Und so wie du deinen Körper entspannt hast, so wird sich gleich dein Geist entspannen. Ich zähle jetzt von 10 bis 0. Bei 0 wird sich das Tor zu deinem Unterbewusstsein weit öffnen. Bei jeder Zahl sinkst du automatisch 10 mal tiefer in diesen schönen Entspannungszustand. Immer tiefer in eine angenehme Trance. Denn so wie sich dein Körper entspannt hat, so entspannt sich nun auch dein Geist. Und du wirst in eine schöne, tiefe Trance gleiten. In das Gefühl, in die Erfahrung eines lieblich süßen, heilenden Schlafes. 10 Tiefer und tiefer sinkst du hinab. Du lässt alle deine Gedanken los. Kein Gedanke hält dich fest. 9 Gestern ist schon lange gewesen und morgen ist noch weit entfernt. 8 Du entspannst dich immer mehr. Kein Gedanke hält sich fest. Alle Gedanken verblassen. 7 Tiefer und tiefer. 6 Jedes Atmen bringt dich tiefer in diese wunderbare Entspannung. in diese wunderbare Trance hinein. Du lässt jeden Gedanken los. Kein Gedanke hält dich im Hier und Jetzt. 5 Du entspannst dich immer weiter und weiter und weiter. Du gleitest immer weiter und weiter in diese tiefe, tiefe Trance hinein. 4 Alle Gedanken, die jetzt kommen, verschwinden in der Unbedeutsamkeit. Wie Wolken, die am Himmel vorbeiziehen. Kein Gedanke bleibt stehen oder hält sich fest. 3 Nichts hält dich fest. Du lässt dich treiben. Du lässt dich fallen in diese angenehme, tiefe Trance. Kein Gedanke, kein Geräusch. Du folgst weiterhin meiner Stimme. 2 Du atmest noch mal ein und beim Ausatmen entspannt sich dein Bewusstsein noch zehnmal tiefer. Immer tiefer und tiefer singst du in diesen angenehmen Zustand der Trance. Immer tiefer und tiefer in diesen angenehmen Zustand. 1 Du bist jetzt in einer richtig tiefen Trance. Dein Geist und dein Körper, beides ist völlig entspannt. Tiefen entspannt. Und du gleitest immer weiter in diesen tiefen, entspannten Zustand hinein. Du lässt alles los. 0 Dein Unterbewusstsein öffnet sich weit. Ganz weit. Richtig weit. Und es fühlt sich gut an. Stell dir vor, du befindest dich an einem Ort. Vielleicht eine Wiese. Einen Strand. Einen Berg. Oder einfach an deinem Lieblingsort. Irgendwo. Es ist sehr angenehm dort, wo du jetzt bist. Es geht dir gut. Du fühlst dich gut. Du atmest gut. Und du genießt es einfach nur zu sein. Du schaust dich um. Und vielleicht nimmst du auch einen Geruch wahr. Oder siehst etwas sehr Beruhigendes. Du fühlst dich jetzt ruhig und gelöst. Du treibst in den Gedanken vor dich hin. Du schaust dich um. Und entdeckst einen Weg. Einen Weg, der zu einem Tempel führt. Du bist neugierig. Und du beginnst langsam, den Weg zum Tempel entlang zu gehen. Langsam. Ganz langsam. Und völlig entspannt. Du spürst bei jedem Schritt, den du machst, den Boden unter dir. Du atmest frische Luft ein. Du fühlst dich richtig wohl. Du gehst weiter auf diesen Tempel zu. Und du erkennst, es ist dein Tempel. Dein innerer Tempel. Du stehst jetzt vor deinem Tempel. Vor dem Tor. Vor dem Zugang. Und du schaust dir dieses Tor an. Und du fasst es mit deinen Händen an. Du streichst mit deinen Händen über das Tor. Und du spürst, dass das Tor aus Holz, Glas oder vielleicht Metall ist. Du fühlst die Beschaffenheit des Materials, aus dem das Tor gemacht ist. Vielleicht ist es kühl. Vielleicht ist es warm. Vielleicht spürst du, wie glatt oder rau sich dieses Tor anfühlt. Nun öffnet sich das Tor. Und du betrittst deinen großen Raum. Einen Raum, in dem das Licht angenehm von den Wänden strahlt. Es ist angenehm warm. Und du fühlst dich, als wärst du an einem Ort angekommen, in dem du dich zu Hause fühlst. Du fühlst dich geborgen. Du fühlst dich geliebt. Und du gehst in die Mitte dieses Raumes. Dort, wo ein großes Kristallgefäß in der Luft schwebt. Es ist ein Gefäß aus Glas. Aus Kristallglas. Es schimmert und glitzert im sanften Licht des Raumes. Es dreht sich langsam. Und es schimmert verführerisch. Du gehst auf das Kristallgefäß zu. Und schaust es dir genau an. Und du siehst dich vor diesem Gefäß stehen. Darin befindet sich eine violette Flüssigkeit. Schau genau rein. Ein Fluid, welches sich langsam dreht. Du kommst auf eine Idee. Und du beginnst, persönliche Dinge in dieses Kristallgefäß zu werfen. Wie deine Uhr. Deinen Schmuck. Und du siehst, wie die Dinge sich mit der violetten Flüssigkeit vermischen. Und du siehst, dass es gut ist. Es fühlt sich richtig gut an, loszulassen. Und du beginnst jetzt, all deine Kleidung in dieses Gefäß zu werfen. Und du beginnst jetzt, alle deine Möbel in dieses Gefäß zu werfen. Deine Küche. Dein Auto. Deine Familie. Deine Kleidung. Dein Haus. Alles wirfst du in dieses Gefäß hinein. Alles, was du besitzt. All das wirfst du in das Gefäß hinein. Alles, was dir in den Sinn kommt, kommt in dieses Gefäß hinein. Alles gibst du in dieses Gefäß, in dieses kristallene Gefäß. Und alles vermischt sich wunderbar mit der violetten Flüssigkeit. Alles, was du besitzt. Alles. Und nun wirfst du deine Haut in dieses Gefäß. Du legst deine Haut einfach ab. Nun wirfst du deinen Körper in dieses Gefäß, in dieses Kristallgefäß mit der violetten Flüssigkeit. Du siehst, wie sich alles mit der violetten Flüssigkeit verbindet und darin versinkt, wie in einem Strudel. Und es fühlt sich gut an. Alles verschwindet in der violetten Flüssigkeit, in dem Kristallgefäß. Nun beginnst du alle negativen Gefühle in dieses Kristallgefäß zu werfen. Und all deine Ängste, all deine Sorgen wirfst du jetzt hinein. Und all deine Nöte. Und alle Dinge, die dir passiert sind, die dich verletzt haben. Alle negativen Erinnerungen. Alles das gibst du in dieses schöne kristallene Gefäß. Und du siehst, alles vermischt sich mit der violetten Farbe der Flüssigkeit. Und du siehst, dass es gut ist. Und dass es sich gut anfühlt. Und du siehst, wie sich alles in diesem Wirbel vermengt und darin verschwindet. Und du bist jetzt nur noch ein strahlender Energiekörper. Du spürst dich das erste Mal selbst. Richtig selbst. Ohne Ballast. Ohne Dinge, die dich beschäftigen. Ohne einen Gedanken an irgendetwas zu verschwenden. Du spürst nur dich. Deine Seele. Das, was du bist. Nämlich ein Wesen aus Energie. Aus purer Energie. Du fühlst dich geliebt. Du fühlst dich geborgen. Du fühlst dich angenommen. Und doch fühlst du dich völlig frei. Völlig frei und geliebt. Und jetzt siehst du einen silbernen Strahl, der durch dich hindurch leuchtet. Du merkst, wie dieser Strahl aus Licht und Energie dich reinigt. Die alle negativen Erfahrungen im Leben nimmt. Du fühlst dich frei, geliebt, angenommen. Spüre tief in dich hinein. Und du merkst auch, dass du alle deine Ängste, Selbstzweifel und Nöte, dass das alles genauso abgelegt werden kann wie deine Haut. Und der Energiestrahl bringt deinen Körper, deinen Lichtkörper zum Strahlen. Alle Krankheiten werden aus dir hinausgetragen, hinausgeführt. Und alles geht in das Kristallgefäß hinein. Du fühlst dich warm, geliebt, geborgen. Du fühlst dich richtig wohl. Und du merkst, dass ein Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen in dir erwacht. Und du genießt diesen Moment im Augenblick für dich. Geliebt, mit Energie durchstrahlt. Geborgen. Angenommen. Frei. Frei, geliebt und angenommen. Du spürst tief in dich hinein. Du fühlst, dass es richtig ist. Alle Krankheiten, alle Sorgen, alle Nöten werden aus dir hinausgetragen und verschwinden in diesem Kristallgefäß. Du fühlst dich warm, geliebt, geborgen. Du fühlst dich wohl. Du fühlst dich selbstbewusst. Du erkennst deinen Wert, deinen Selbstwert, den du dir geben musst. Du solltest. Du fühlst dich einfach klasse. Jetzt nimmst du das Kristallgefäß. Du nimmst es in beide Hände. Und stellst es in eine Ecke deines Tempels. Vielleicht verschließt du es. Oder du lässt es offen am Rande stehen. Du schaust es dir nochmal an. Und weißt genau, dass es gut ist. Jetzt fühlst du nochmal in dich hinein. Vielleicht muss noch irgendwas, was in dir drin ist, was dich begleitet, in dieses Kristallgefäß hinein. Egal welcher Gedanke dir jetzt kommt, löst dich einfach davon. Lass diesen Gedanken, dieses Gefühl, diese Angst, dieses Selbstzweifel einfach in das Kristallgefäß hinein kleiden, hinein schwimmen. Du schaust dir jetzt deinen Körper an und du siehst, dass es ein blauer, strahlender Energiekörper ist. Er ist rein, er ist klar, er fühlt sich gut an, richtig gut. Nun drehst du dich rum und begibst dich zu dem Eingang von deinem Tempel. Du durchschreitest den Eingang deines Tempels, dieses Tor. Und begibst dich hinaus auf den Weg. Du weißt jetzt immer, dass du in deinen inneren Tempel gehen kannst. Du kannst ihn immer wieder betreten. Denn es ist dein Tempel und jetzt kennst du den Weg dorthin. Jedes Mal, wenn du tief einatmest, kannst du ihn vor deinem inneren Auge sehen und ihn betreten. Du verlässt diesen tollen Ort, deinen Tempel und gehst wieder zurück an diesen Ort. Auf die Wiese, auf den Berg, auf den Strand oder zu deinem Lieblingsort, wo du dich am wohlsten fühlst. Du bist jetzt wieder an deinem schönen Ort. In der Ferne siehst du deinen Tempel. Und du spürst, dass es richtig und gut war, dir diese Hypnose von mir anzuhören. Ich zähle gleich von 0 bis 10. Bei 10 wirst du in einem tollen, tiefen, erholsamen Schlaf versunken sein. Ein Schlaf, der dich reinigt und erholt. Und wenn du erwachst, wirst du dich frisch, erholt und ausgeruht fühlen. 0. Dein Unterbewusstsein schließt sich jetzt. 1. Du fühlst dich entspannt. 2. Dein Organismus regelt sich wieder so ein, wie es am besten für dich ist. 3. Deine Muskeln nehmen wieder Entspannung auf. Diese benötigen, damit du gut schläfst. 4. Du wirst wieder richtig leicht. Alle Schwere fällt von dir ab. Alle Muskeln haben eine leichte Anspannung. Und alle Fasern spannen sich auch wieder leicht ein. Du atmest in deinem Rhythmus weiter. 4. Du singst langsam in einen tiefen Schlaf, in einen erholsamen Schlaf. 5. Du singst in einen erholsamen Schlaf. 6. Wenn du am Morgen erwachst, oder wann auch immer, fühlst du dich fit und pudelwohl. 7. Voller Energie wirst du genau im richtigen Moment erwachen. 8. Du fühlst dich gut, heiter, fröhlich. 9. Du weißt, dass sich ganz viel gelöst hat. 8. Du wirst dich ab jetzt gesund ernähren. 9. Du wirst alles dafür tun, dass es dir gut geht. 10. Du schläfst jetzt angenehm und entspannt weiter. 10. Du weißt, dass es dir gut geht. 10. Du wirst du��를 calend Produkten. 12. Du weißt, dass ich gut geht. 11. Du weißt, dass du gletten muss. 13. Du weißt, dass du gehst gut und moderator schaut, 14. Du weißt, dass du leiser jetzt deine Gewinnerstern auch. 1. Du weißt, dass du gebt. bachko kommun mechanisms für unsere Gebirgüks enthält. 15. Du weißt, dass du die glücklich sind weißt.